Start. Hallihallo Leute, wir sind wieder da mit Let's Play Together. Irgendwie so, das sagt man heutzutage glaube ich gar nicht mehr, aber egal. Stado Valley, wir spielen Stado Valley. Multiplayer. Multiplayer. Mit... The War Dragon. Genau. Und der ist heute bei mir zu Besuch, deswegen wird es ein wenig anders klingen als sonst, weil wir haben nur... Besser. Besser oder schlechter, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall nur ein Mikro zur Verfügung. Ja. Zumindest diese Aufnahmesession wird aus persönlichen Gründen nur noch auf meinem Kanal laufen. Eventuell wird The War Dragon später mal wieder was anderes machen. Ja. Aber jetzt momentan gerade nicht. Deswegen werden wir jetzt erstmal so weiterspielen. Ja. Ich würde sagen, Tee und Slash Pause. Ich sehe das bei dir auch mal live. Live, ja. Live is live. Du hast ja sogar keine Hose an, wenn du streamen. Das sehe ich jetzt erst. Das ist etwas befremdlich. Hey, ich habe meine Lieblingsachse verloren. Wenn du sie führendest, bringt sie sofort zurück. Auftrag an den Such von Clint. Hi Clint. Warum stehe ich vor deinem Haus? Das ist eine gute Frage. Ey, Blueprints. Also es ist auch die Blueprints für Stings bekommen. Ich kann jetzt auch Öfen machen, ja. Robins verlorene Axt. Wollte ich sagen, machen wir gleich mal. Gießen brauchen wir heute nicht. Ach, wir haben ja kein Pferd. Ach so. Jetzt kommt es auf einmal aus deinem Haus raus. Das finde ich sehr witzig. Ja, ich muss erstmal Exit-Game. Wir müssen rausfinden, was ein Silo kostet. Dann würde ich nämlich gleich zu Robin gehen, weil ich die Axt nämlich hole. Ja, mach das. Die geht ja von uns beiden, oder? Ich glaube ja. Das müsste hier doppelt gespawnt werden. Live is live. Na 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 na. Sukis Internet is lag. Na 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 na. Erstmal. Einstellungen. Machen. So. So. Jetzt kann ich sowas legen. Äh, wie groß hast du? Es regnet. Es regnet. Es ist eine verlorene Axt. Ich habe Robin noch nie hier unten gesehen. Es wäre so witzig, wenn sie einfach manchmal hier unten sehr rund Holz hacken würde. Ja. Würde sie und mir die ganzen Bäume weghacken. Ja. Aber irgendwie muss sie an ihr Holz kommen. Ich und mein Holz. Ja. Muss sie. Lark is Lark. Ja. Wie kann man eigentlich, wie kann man eigentlich, wie kann man eigentlich, wie kann man eigentlich eigentlich gut ein Geld rein, wenn man jetzt nicht grad farben muss? Ah. Wenn man nicht grad farben muss? Angeln. Angeln. Ähm. Hab ich mir fast gedacht. Diamanten. Diamanten holen? Wenn sie in die Mine gehen. Und ähm. Ich glaube, ich gehe in die Mine. Tiere. Ja, Tiere haben wir ja noch nicht. Wir brauchen ja Geld für Tiere. Eben. Wir brauchen fünf Eisenbahnen, also wird das wahrscheinlich erstmal nicht. Okay, dann gehe ich in die Mine. Ja. Weil, wie viele Eisenbahnen haben wir? 0. 3. Verdammt. Nein, das ist ein Kupferbahn. Meine ich doch, wir brauchen Kupferbahn. Achso. Sorry. Und zehn Lehm für Silo. Haben wir da noch Lehm? Wir müssen die Kisten sofort umsortieren mal. Ja. Lehm habe ich normalerweise rechts oben. Wir haben nur drei Lehm. Ja, ich bin auch erstaunt. Das liegt doch da ein bisschen daran, dass quasi immer... Warte mal, warte mal. Geh mal nicht in die Mine. Warte mal. Ich gehe mal schnell zu Robin. Ich habe noch ein bisschen noch erzielt. Und dann? Ja, Kupferbahn. Ja, Kupferbahn. Und dann komme ich mit. Und dann gucke ich mal, ob wir gemeinsam in die Mine gehen können. Uns gemeinsam gegen Monster wehren. Uh, ich habe einen Minenfortschritt. Ja. Ich kann runtergehen. Warte mal, warte mal. Nee, weil dann gehst du vielleicht schon eine Ebene weiter. Ich clear schon mal die Ebene. Okay. Hallöchen. Oh. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast einen Zehn mit der anderen abgeschlagen. Die Teile in der Ecke steht wahrscheinlich. Oh, ein Abenteuer. Ja, ein Abenteuer zu zweit. Danke dir. Auf in deinem Abenteuer zu zweit. Wenn ich folgenden Titel hätte, würde ich die Folge Abenteuer zu zweit nennen. Na, mein, hättest du mal Tech-Generator. Einen Titel-Generator. Ich habe einen Tech- und Titel-Generator. Ja. Es gibt gewisse Leute, die sowas einfach mal so aus Langeweile programmiert haben. Ja. Es ist zwar nicht schön, aber selten. So. 25? Ich bin da. Ja, hast du. Krass. Weißt du, warte mal. Ich komme gleich hinterher. Ja, ja. Ich hack hier tatsächlich die Steine. Die großen Steine lohnen sich. Ja, das hast du, glaub ich, letztes Mal schon gesagt. Das hab ich letztes Mal schon gesagt. Das hast du eben schon mal gesagt. Die Frage ist, wenn du hier jetzt in die nächste Ebene gehen würdest, bleibt die Leiter dann da? Oh Gott, da unten sind ganz viele von diesen Würmern. Bist du da unten? Ach, hab ich sehen. Ich hab hier auch ein Schwert. Oh, du hättest dir ein anderes Schwert mitnehmen sollen. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Ich hab die halt auch extra welche da gelassen. Ach, mach du mal da unten das Grenzen. Ich mach hier ein paar Steine kaputt. Hier ist eine... Die Treppe? Ja. Au. Auf zur Treppe. Schnell. Ah, ah. Hallo. Wieso hab ich Kohle in der Hand? In der Tasse? Warum, warum, warum verpucken die sich so schnell? Das ist das Neue mit dem neuen Update. Oh, ich könnte, ich könnte Gold fischen gehen. Warum gehst du Gold fischen? Nicht Gold fischen, sondern Goldqualität Fische fischen. Warum? Weil ich weiß wie es geht. Ich auch. Gut angeln. Nein, nein. Egal wie gut du bist, du kannst von Anfang an nur Goldqualität angeln. Nein. Das ist dumm. Das ist doch. Das hat dich ja erschienen. Dann hinten ist übrigens eine Treppe. Ne, nicht cheaten. Aus dem Meer rausgletschen. Und dann auf dem Meer stehen. Wow. So eine Weile raus ein bisschen, so besser er die achtet ist. Scheiße. Ja, deswegen, wenn du später eine bessere Angeln hast, kannst du ja weiter casten. Wow, das sagt einiges. Und deswegen gibt es immer bessere Fische. Aber Iridiumfische gibt es nicht, oder? Ne, es gibt keine Iridiumfischqualität. Ich habe natürlich jetzt wieder nicht auf die Zeit geachtet, aber... Diesmal kann ich die auch nicht retten. Wir können so ab und zu auf die Tage achten oder sowas. Oh, das erste Mal eine Geode. Hatte ich schon. You found Geode. Von einem Viech tut das mal. Danke. Kannst du das Vieh nicht ablenken von mir. Dankeschön. Oh, das ist sehr gut. Da kommt noch ein Viech. So. Morgen gehe ich also angeln. Ui. Das wollte ich nicht. Wieso sind hier einfach so viele Viecher? Weiß nicht, aber ich kann dich beschützen, weil ich habe das bessere Schwert. Ja, das sagte er während der Fangenzeit in der Höhle war. Ja, da musste ich dich beschützen. Da waren Viecher. Was ist das denn die Kohle holen gehen? Die ist schon weg. Was ist das denn? Ich war hier neulich schon unten. Warte aber... Ja, deswegen. Die sind jetzt... Sobald die auf dem Weg sind, sich zu verpuppen, sind die invisible schon. Das ist ein Fehler. Das ist ein Bug, nehme ich an. Verstehst du, wo alles Käfer sind? Du bist so witzig. Finde mal lieber ne Leiter. Habe ich. Dankeschön. Da haben wir noch jemanden geschaut. Einer buddelt, einer kämpft. Eben. Ich geh mal... Ah, das Gegner... Ah, lass mich in Ruhe. Ah, du bist hier... Geh da weg. Hier steht doch so drauf. Dabei ist tot. Oh, ich hab noch ne Bombe. Hier hab ich nicht mit. Hier hab ich nicht mit. Ich war in dem anderen Spielstand. Oh, Cave Carrots. Das ist sehr gut. Die sollte fehlt essen. Oh, die sollte fehlt essen. Oh, die sollte fehlt essen. Hier. Ich kann die nicht mehr schlagen. Obwohl er noch nicht verpuppt war. Aus den großen Steinen können keine Treppen kommen, ne? Ne, aber sie geben halt viele Steine. Ja, was will ich für ein Stein? Keine Ahnung. Ich mein, dann sind wir steinreich. Was bringt es uns? Später brauchen wir ja sehr viel Steine. Warte drauf zu hauen. Warte mal, das müssen wir hier testen. 1 3 4 5 6 7 8 Oh, ich hab nur 8 Schläge gebraucht. Ich auch. Ah, guck mal ne Treppe. Na Mensch, die nehmen wir doch. Ja, die nehmen wir. Kling. 30. Kling? Ja, hat schon Kling gemacht. Ja, bei mir nicht. Bei mir ist das Licht nicht angegangen. Ist eh schon 17. Jetzt kommen wir nämlich hier unten auf die Eisen. Jetzt kommen wir. Toller Angel. Stimmt, jetzt kommt langsam Eisen, aber wir bauen Kupfer. Aber wir haben Kupfer. Wie viel Kupfer habt ihr das tot? Sehr gut. Wie? Da ist noch Kupfer, da ist Kupfer, da ist Kupfer. Da ist Kupfer. Ich geh das da oben holen. Achtung! Was denn? Irgendwo hier ist noch Gegner. Ja, da ist ein komisches Fliegeviech. Oder das ist eigentlich so ein Fliegeviech. Ne, nicht so ein Fliegeviech. Ich hab das hier gehört. Hier sind irgendwo, komm gleich hierher. So eine Shadow-Brues. Ja. Ja. Also mich geht halt keiner an hier. Er kommt dann gleich. Ja. Ach Gott meine. Ah. Mein Ausgabe ist leer. Ja. Ich muss komische, rote Karotten essen. Oh. Sehr gut. Oder, ne, so ein Steintiut. Das gibt's vielleicht. Das ist eine Shadow-Brues, heißen die. Kaputt. Hier ist eine Treppe links. War eine Treppe. Ja, bist du gerade untergegangen? Links um die Ecke. Ja, links um die Ecke. Ja, mein Spiel hat gehangen. Links um die Ecke? Nach unten, da ist eine Treppe. Genau da. Achso, da. Ich seh sie kaum. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ich kam nur nicht weit. Du hast für meine Geode eingesammelt, du Acht? Ja, ich hab schon drei. Aber jetzt hab ich drei. Ich hab mir auch den Quarz ein und brauchst du nicht einsammeln. Quarz brauchen wir später für unsere Kristallarien. Ja. Und für Quarzzäune. Warte, was? Was für'n Scheiß erzählst du? Zumindest Quarzwege gibt es. Ja, Quarzwege. Ein Sternenraum. Ein Sternenraum? Da ist eine Schattenmensch. Da war noch ein Schattenmensch. Uh. Sorry, muss ich den Schattenmensch befreien. Irgendwie. Wir wissen, wie wird sich aus. Durch die Leck. 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 Ja, ich auch. Finde mal einen Weg. Ich brauch nur eine Ebene. Ja. Das wär richtig cool. Ich hab keine Energie mehr, um irgendwas zu machen. Und kann nichts essen. Weil Käferfleisch ist nicht essbar. Irgendwo dicht ist, kannst du mir den Käfer-Gerüttember haben? Kann ich machen. Der ist von deinem Schwert. Der sollte Dämonien sein. Wow. Ich hatte gerade ein Vibrationsfeedback für deinen zerschlagenen Edelstellen-Dock dort. Wahrscheinlich hab ich das schlechtere Glück heute. Ich will doch nur einen Leiter finden. Sonst klappt man das auf der Nähe von der Treppe dort. Von der Leiter am Anfang. Ja. I got your back. Das ist voll entspannend, wenn man die Gegner einfach ignorieren kann. Weil ich mal anders die Tür hoch. Ja, das ist voll gut. Danke damit für mich auch kritisch. Wir können jetzt eine Ebene vorher aufhören. Ich hab halt auch nichts zu essen mit. Ich geh kein Amethysten essen. Jetzt hau ich schon mit der Hacke hier auf. Wie viel hab ich denn noch, bevor ich hier... Okay, fünf. Vier. Drei. Zwei. Null. Null. Vielleicht werden wir den Gegner töten. Ja, mach mal. Ich geh mal da unten noch. Komm mal nicht lang. Das ist ein steiler Weg. Shit. Nee, das ist gut. Das ist gut. Das sind zwar Fledermäuse, aber... Hier noch mal Fledermäuse. Ja, ja. Die spawnen jetzt ganz viel. Deswegen ist grad zu hell geworden. Kommen wir hier zum Start. Die müssen aber grad über auf nem Boden killen. Ja. Ja. Rücken an Rücken. Ja. Bam. Und zurück. Auf die Null. Kann man noch nicht nehmen. Nein. So, 23,50 schaffen wir. Oh, scheinbar ist es so spät. Ja, das schaffen wir locker. Ey, ganz ehrlich. Mit Null Energie. Warum ist da unten eigentlich noch ne rote Leiste? Wo? Da unten. Na, weil es noch nicht ganz... Das ist Null. Ja. Wir sind halt gut. Ja. Das war knapp. Ich hab auf die Uhrzeit gar nicht geguckt. Ich schon. Na gut. Deswegen ist einer auf die Uhrzeit guckt hier von uns beiden. Ah, verdammt. Warte mal. Robins verlorene Akte. Erlege Monster. Ja. Wir sind schrecklich in der Baum. Bei der Talkdown ist es sehr sinnvoll. Ja. Dass wir schlafen gehen. Gute Nacht. Rating vor aller Players. Ja. Gar nicht. So. So. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Kampfstufe 2? Das ist sehr gut. Level... Level Stufe 1, genau. Mining. Mining. Genau. Mining Stufe Level 1. Morgen Eierfest. Okay. Zwischen 9 und 14 Uhr. Da muss ich mehr aus der Eier sammeln als du, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich könnte dir alle überlassen, dann gewinnen wir. Also, ich brauch Kohle. Das sollte drinnen sein. Ich hab die Musik geholfen. Jetzt hab ich ein bisschen geholfen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Warts kommt da rein. Wir sollten heute vielleicht mal meine Gießkanne abholen. Geh mal deine Gießkanne ab und ab 9 erst. Ich geh jetzt schon mal, weil bringt da nichts. Ich hol mir nachher gleich die Angel. So, ich pack hier Monster. Du könntest gleich alles zusammen machen gehen. Ja, dann mach ich das. Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Nein, weil nur jeder sein eigenes Zeug abgegeben hat, wo er produzieren kann. Das denkst du. Das kann jeder sein eigenes Zeug auch produzieren. Steine und Leben möchte ich bitte nicht mal in der Kiste da oben haben. Da oben machen wir nur Minenzeug. Das heißt Rohstoffe und Monsterloot und so. Gott, ciao. Also anfangen wir hier in der Kiste. Ich hole mich. Beschenke es so schön. Das passt mir vor und Vincent. Ich kann dir dich nicht mehr, ich kann ja nicht mehr. Du brauchst das nicht mehr. Also keine Ahnung. Ich kann ja nicht mehr da mit einem Zettung vergessen. Däunst du in der Kiste. Es gibt nur noch keine Ahnung. Du bist also. Ich kann ja nicht mehr. Ich kann ja nicht mehr genug. Du bist aber auch nicht mehr. Du bist auch muss. Du bist du. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 verdammt mein mikrofon war kurz gemütet sind wir da also was ich kann sagen ich hatte sowieso kann ich glaube ich stelle es dahin und schlagen mit dem schwert einfach so lange bis wir außerhalb des bildschirms sind wenn wir immer weiter schlagen wegen das mit dem schwert ganz leicht nach vorne irgendwann wird das richtig anstrengend auf dem daumen aber wir uns eine weile machen aber weg was du spielen kann kann das auch eben und ich habe früher nur was du gespielt und da hast du nicht mit dem daumen gemacht und jetzt kann ich mich zur seite bewegen außerhalb der karte wenn ich das eine weile gemacht habe kann ich mich runter bewegen und jetzt kann ich mich so ein bisschen hier ein bewegen und guck mal nach schau wo ich gleich bin ich bin sehr weit raus gelaufen ich bin jesus und jetzt kann ich hier zum beispiel an diesem wunderschönen wasser das ist ja auch mein gott ich kann es dort direkt am stein angeln wo ich sonst noch gar nicht hinwerfen können ja die hutmaus die hutmaus ist super so treffer jetzt ich weiß nicht was er mir da links warum er mir richtig anzeigt ich denke zu back maybe ins feature so dieser gottesslachs hat jetzt normale qualität aber wenn ich jetzt zum beispiel hier draußen bin sollte es theoretisch funktionieren also dass wir als uns feedback vom kontroller ist einfach super aber jetzt kann ich mir die zauberkarte ziemlich angucken es ist sanfter aber oder der magische einlöse da traveling merchant ja guck mal gucken wir ganz runter kauf bitte den rassi der wird uns im herbst sehr viel geld bringen ja den brauchen wir wenn wir uns heiraten wollen ich kaufe bei dem eigentlich nur in sachen die man quasi sonst doch noch so was alles sondern ich angehen muss für die fürs community sein so und wenn man dieser herring ich glaube mit der steuer geht das vielleicht mit der staat an nicht irgendwas für qualitativ ist erst mal ein glaubten angelemmel überhaupt ist du die chance hast du das zu kriegen doch ich dachte das würde ja auch schon gehen Ich skippe einfach mal die saubere Akazine. Das tut mir im Herzen weh, aber... Ich war jetzt auch auf Trope. Most Perfect, ja. Wie immer. Ja. Ich kann anscheinend noch keine Qualitativ. Das war vielleicht gar nicht so schlau, dass du kaufen jetzt. Du wolltest doch eigentlich was bei Robin bauen. Ja, da brauche ich nicht viel für. Reichen 140? Wir werden schon ein paar Fische verkaufen, fertig ist. Angle ich gleich noch mal hier, wenn ich da sehe. Auf jeden Fall bin ich am Wasser. Oben im... Das sieht man im Stream von gestern. Also für die Leute, die das auf YouTube nachgucken, in dem Stream vom letzten Samstag. Was ist der letzte Samstag? Na, diese Folge kommt am Mittwoch. Das heißt, jetzt ist gerade Mittwoch und das ist der letzte Samstag natürlich der letzte Samstag. Können wir die Leute da später gucken? Dann wissen sie, dass das der fünfte fünfte war. Okay. War schon wieder eine Salina, ne? Ne. Boah, ich kann nicht mehr weggucken, mein Mann. Das ist so dumm. So. Sardelle meine ich. Genau. Ah, jetzt habe ich eine goldene. Aha. Ja. Hat Angle es ohne Ton um einige schwieriger. Äh. 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 Und deswegen werden wir jetzt noch kurz Angang geben. Und dann müssen wir bald feiern. Auf jeden Fall, oben am Mountain Lake ist es super praktisch, an bessere Fische zu kommen mit diesem Glitch. Kannst halt über den Fluss unten laufen, ne? Also nicht direkt über den Fluss, aber... Musst du auch über die Aushalte zurücklaufen? Nein, du kannst nicht reinlaufen, weil da ist ja eine Barriere. Sonst kannst du ja auch von dort aus aufs Wasser laufen. Ich muss das jetzt fangen, ich hatte da eine Kiste dran. Äh. Okay. Du bist einfach viel zu hektisch. Ich laufe jetzt da. Ich muss Ruhe mitbringen zum Beispiel. Da mal angeln. Da habt ihr gesehen, dieses Glitzern, das heißt, dass dort ein Lure sozusagen dran ist. Ein Bait. Ein Lockmodul, ja. Für alle Pokémon Go Spieler. Ein Lockmodul dran. Wo sind die Pokémon Go Spieler? Na, alle. Alle Pokémon Go Spieler habe ich gerade gesagt. So. Fischen. Ja, genau. Ich bin jetzt nämlich Fishing Level 1 schon. Und deswegen kann ich jetzt auch bessere Sachen angeln. Aber ich gehe nach Hause. Ein Köder. Genau. Ein Köder. Gerhard Köder, ne? So hieß der doch. So, den Rare Siege schmeiße ich jetzt in die Verkaufsgäste, ne? Ja. Gut, dass du mir zuhörst. Ja. Was sagst du? Wie gesagt, den Köder schmeiß ich in die Verkaufsgäste. Ich weiß, das habe ich gehört. Du bist blöd. Ja. So. Und auch nach Hause. Ja, das Zurückfinden ist leichter, wenn man später, wenn man einen Glow Ring hat, dann hat man einen leuchtenden Ring um sich herum und dann weiß man, wo man ist. Ja. Nein, der Rare Siege bringt uns mindestens 3.000 im Herbst. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt 1.000 ausgegeben und kriegen die 1.000 nicht zurück. Ja, kriegen aber 2.000 im Herbst zurück. Wir können, wenn wir 2.000 haben, können wir jede Woche 2 davon kaufen. Und wir haben eine Chance, wenn wir gut gedüngt sind, dass sie bis zu 4.500 bringen. Deswegen ist das schon was wert. So. Dann schmeißt man weg die Fische. Götterlachs, Sardelle, Sardelle, Sardine, Hering. Wir sollten vielleicht nicht alles wegschmeißen, aber naja. Die Fische könnten wir auch ein bisschen aufheben für die Community Center Sachen. Ich habe schon, habe ich hier eine Fischkistletze aufgenommen? Hast du. Steht direkt am Eingang. Ja. Das wollen wir drin sein. Angeneffektivität plus 1. Ja, eigentlich. Ich bin schon froh, wenn wir dann endlich die zweite Angel haben. So. Du kaufst die zweite Angel? Ich kaufe mir immer nur letzte ein. Naja, ist doch die zweite Angel. Für mich ist das die zweite, die andere existiert nicht. So. Ich würde sagen, das war es aber erstmal für heute. Wir beenden hier die Aufnahme und machen gleich noch die nächste. Ja. Bis zum nächsten Mal. Achso. Natürlich, diesmal schaut nicht mehr Beitrag vorbei. Das geht leider gerade nicht. Aber ich würde mich natürlich trotzdem über Kommentare, Likes freuen, Vorschläge, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Würde ich mich auch drüber freuen. So ist es nicht. Genau. Also geht auch zu Beitrag und liked einfach irgendwelche random Videos, die ihr mal hochgeladen habt. Irgendwelche alten Videos oder so. Schaut sie euch an. Schaut doch bei mir die alten Videos. Nee, schaut es euch nicht an. Einfach nur liken. Okay. Oder so. Genau. Und kommt natürlich auch im Stream vorbei auf twitch.tv slash platyfox13 oder schaut auf meinem Twitter vorbei. Da kriegt ihr auch immer die neuesten Informationen. Bis zum nächsten Mal und tschö tschö. Ciao. 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 Ciao.